Die vier Kinder haben unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten, die sie gerne in einem Talente-Wettbewerb vorstellen möchten. Und sie machen sich auf den Weg in das Rathaus. Aber wer wird die Jury überzeugen? Und wer wird den goldenen Kürbis gewinnen? Herzlich willkommen zu unserem Teatro-Stück, der goldenen Kürbis. Das ist Max. Max ist stark. Schaut mal, was er für Muskeln hat. Er fühlt sich wie Superman. Er ist immer voll Energie. Das ist Flo. Flo ist elegant. Er prägt sich sehr. Er fühlt sich wunderschön. Das ist Maggie. Ein richtiger Spaßvogel. Immerhin lustig. Immerhin Echsen. Das ist Tobi. Tobi ist der, was soll man sagen, nichts Besonderes. Tobi ist einfach New Tobi. Heute findet im Rathaus das große Wettbewerb statt. Alle wollen ihn und den goldenen Kürbis gewinnen. Alle freuen sich. Max, Flo und Maggie wissen auch schon genau, wie sie sich präsentieren wollen. Wie sie die Jury überzeugen werden. Jeder denkt, ich werde gewinnen. Stark, stärker, ich bin der Stärkste. Stark, stärker, ich bin der Stärkste. Stark, stärker, ich bin der Stärkste. ich bin cool, schöner, am schönsten. Ich bin schön, schöner, am schönsten. Ich bin cool, hip und funny. Ich bin cool, hip und funny. Axt, Flo und Maggie gehen los. Doby geht hinterher. Maggie bemerkt das und bleibt stehen. Hey, der will doch nicht etwa mit zum Wettbewerb gehen. Was hast du denn Besonderes herzuzeigen? Sollen wir uns etwa mit dir planieren? Tch, peinlich. Doby, wie trau ich. Er wird. Ich bin auch weh. Ist das alles, was der kann? Mit der schon ausschaut. Wirklich uncool. Naja, soll er halt mitkommen. Irgendwie werden wir ihn schon runterbringen. Kommt. So kommen sie beim Wettbewerb an. Ihr, liebe Kinder, ihr seid nun die Scherie. Stark, stärker, ich bin der Stärkste. Stark, stärker, ich bin der Stärkste. Stark, stärker, ich bin der Stärkste. Ich bin der Stärkste. Ich bin der Stärkste. Schöner, der aller Stärkste. Ich bin der Stärkste. Schöner am schönsten. Schön, schöner am schönsten. Ich bin der Stärkste. Ich bin cool, hip und funny. Ich bin cool, hip und funny. Ich bin cool. Miteinander? 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 Sind wir die nogsten? Miteinander sind wir die goldsten. Miteinander sind wir die coolsten. Miteinander, Miteinander, Miteinander sind wir die Besten! So liebe Jury, wer hat euch am besten gefallen? Wer sollte den Preis bekommen? Ja, ich würde sagen natürlich alle! Alle! Duda, wie heißt du? Machst du den Preis gegeben? Ich kriege den Kürbis und den kriegen alle! Boah, Tobi, das war echt stark von dir, dass wir mit deiner Hilfe gewonnen haben! Super! So schön, dass du mitgekommen bist, Tobi! Das war echt cool von dir! Super! Miteinander, Miteinander, Miteinander sind wir die Besten! Miteinander, Miteinander, Miteinander! Miteinander, Miteinander, Miteinanderロ绗 König und das war moyen- Vielen Dank.